Sportklassen, Ihr Sport 2000 Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Moin, ich bin Mechtel Kruse. Und ich bin Ingeborg Remmers. Wir möchten Ihnen heute einen kleinen Crashkurs in Saatafrisisch geben. Wir wollen ja derlichen Littchen Crashkurs ab Zeltasch kriege. Ich heiße Mechtelt. Ich hätte Mechtelt. Wie heißt Du? Wo hast Du? Ich wohne im Saataland. Ich wohne in Zeltaland. Wo wohnst Du? Wir wohnst Du. Ich spreche Saatafrisisch, Plattdeutsch und Hochdeutsch. Ich wohne in Zeltaschk, Plattdeutschk und Hochdeutschk. Welche Sprachen sprichst Du? Wettversprochen wolltest Du. In meiner Freizeit lese ich gerne und fahre gerne Rad. In mein Freitid lese ich jeden und führe jeden Red. Was machst Du in Deiner Freizeit? Ich trinke gerne eine Tasse Tee und dazu esse ich ein Brot mit Käse. Ich trinke jeden einen Kopf Tee und ich täte einen Boutchen Marzise. So leicht ist Saatafrisisch. So leicht kommt es. So leicht ist Saatafrisisch.